Endlich geht's los, 20. Juli. Wir sind seit Ende April in der Planung für den Starnberger See ausgebucht. Wir freuen uns und wir müssen los. Auf geht's! Servus, jetzt sind wir hier in Starnberg und heute ist der Tag vom 18. Starnberger See-Mais-Porschen-Treff. Und es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl für uns, für mich und für mein Team. Es mich total freut, dass wir heute auf dem Starnberger See tatsächlich ausgebucht sind. Also seitens der Aussteller als auch der Planer. Volles Haus, volle Hütte, volles Schiff. Und das erfreut mich unglaublich. Das zeigt nämlich auch, dass das, was wir machen, auf eine große Resonanz stößt und dass es genau das ist, was der Markt möchte. Und jetzt heißt's leinenlos zum Netzwerken, zum Gespräche führen, zum inspirieren, informieren, Geschäfte machen. All das, wofür wir auf der MS Starnberg stehen. Dafür geht's jetzt los. 5 Moments! 6 Moments! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.